Ach, Boom, Peng, wir sind zurück. Ähm, ja. Erholt. Voller Motivation. Und jetzt ist er fällig. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Atreus. Äh, warum? Die Wand. Hörschau. Von der linken Seite. Er ist zu stark. Was muss denn? Alter Oster haben eigentlich scheinbar nicht. Ich bin bereit. Pass auf, Vater. Ja, ja. Oh Gott. Genau so. Nee, 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 nee. Nee. Möder. Nie vor mir zu sein. Weg, weg, weg. Nicht bereit. Nicht bereit, okay. Okay, ich bin Chef. Ohohohoho. Nee, da ist er. Nee. Ja, weg. Aber auch nicht schlecht. Oh, Schiet. Wo ist nochmal hier? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, Schiet. Oh, Schiet. Ja, so inhemmlich. Sie haben es gezeigt. Junge. Ich hab keine Angst vor dir. Du bist nichts gegen mich. Junge, sieh mich an. Sieh mich an, Junge. Junge, sieh mich an. Du bist nicht bereit. Mhm. Aber dafür haben wir es doch auch nicht schlecht gemacht. Im Ernst? Hä? Aber der Hirsch. Ich hab dich bewiesen. Ich bin bereit. Wir gehen nach Hause. Ich war lange schon nicht mehr krank. Ich kann das. Du bist nicht bereit. So. Ich bin bereit. Ich will nichts mehr von dir hören. Woher? Was haben wir hier gekriegt? Was war das? Toll. Baudi. Kaupf. Und wir gekämpft haben. Boah. Und da bin meine Mutter hat mir immer Geschichten von ihm erzählt, um mir Angst einzujagen. wenn ich zu weit weggelaufen bin. Ich denke, sie wäre stolz auf mich. Aber Vater meint, ich sei nicht bereit, weil ich ein wenig wütend geworden bin. Von mir aus. Ich habe mit ihm einen Troll getötet. Ich weiß, dass ich bereit bin. Jajaja. So. Gut. Was ist jetzt fertig? Ich denke, dass wir jetzt hier schon alles geholt haben. Naja. Gut. Gegner betäuben. Der Betäubungsbalken eines Gegners befindet sich unter seiner Gesundheit. Angriffe in schneller Folge fügen dem Gegner Betäubungsschaden zu. Und der Balken füllt sich. Wenn der Balken voll ist, ist der Gegner betäubt. Drücken sie er bei, um einen betäubt gegen das Eifen. Aha. Okay. Pile und Angriffe mit großen Händen fügen, fügt er sich dem Betäubungsschaden zu. Gratis kann mit großen Händen kämpfen, wenn er mit einer rechten Axt wirft oder verstaut. Du bist eh noch hier, oder was? Nicht was denn? junkalieren.. Tambone. Ah ok, jetzt verstehe ich es Neuer Auftrag Betrieb den Gegner, die gegriffen, ein Gegner betrieb sind und droht, ah ok, alles klar Alles klar Du Wo sind wir gekommen? Die Karte ist aber übelst beschissen Wotwas Das hier hoch, was ist hier Kriegst die Türen immer noch nicht auf, hm? Sehr still Na und nun? Ok Das scheiden wir noch nicht zu können Wer will hier lang auch, warum gehen wir nicht mal Aha, von hier, ah ok, ok, sind wir gekommen Wo Verdamm Woops 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 Eeeeen Kontostik Komm! Was soll ich da machen? Manche Gegner sind gegen die Laviktarenachs resistent. Muss der halt die ganze Zeit schießen. Und ich habe... Was ist das für ein Ding? Sah aus wie ein Hasher. Aber die Stimme klang so seltsam. Auch Vater hat keine Ahnung. Ich habe mir gesagt du sollst still sein. Oh. Packsüber. Zielen ziehen wir alles. Oh. Wohin soll ich jetzt hier hin? Hier hin? Ok. Moment, Worte. Ah, jetzt können wir euch sprinten? Ich weiß es nicht. Sei still. Wir sind fast zu Hause. Wir sind zu Hause. Also. Was ist das hier? Wo unsere Mutter mal war. Also seine. Eine Frau quasi. Oh. Oh. Und... Nu? Ja. Oh. Oh. Ah, jetzt sind wir mal angekommen mit dem Boot. Oh, das ist weg. Verloren ist wiedergefunden. Ah, jetzt haben wir schon Nummer 3. Gut. Gehen wir durch die Tür hier. Durch die Tür sollen wir noch nicht gehen. Sollen wir vielleicht mal rein gehen? Aha. Ich bin aber auch streng. Ich bin aber auch streng. Ich bin aber nicht stehen. Ich bin aber nicht. Ich bin aber nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich glaubte, dass euer Volk so aufgeklärt wäre So viel besser als wir, so viel schlauer Und doch versteckst du dich hier draußen im Wald Wie ein Feigling. Diesen Kampf willst du nicht. Oh... Oh doch, ich denke es schon. Verschwinde... von... hier. Du... musst mich schon töten, damit das passiert. Ich hab dich gewarnt. Endlich. Alter, steht der auf Schmerzen? Du wolltest nicht hören. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. 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 Ich bin da. Du Scheiße. Was ist das? Was? Wirklich unglaublich enttäuschend. Na dann komm. Ja, Fremde. Sinnlos. Warum muss ich das so ne Scheiße machen? Ne. Was? Ja. Ja. Los, jetzt mach schon! Jaaah! Vergessen wie man ein Schild benutzt? So... Langsam. Kannst du mich schon irgendwo aufladen hier oder? Ist dies auch möglich oder bin ich ja nur der Prübelknabe? Du bist nicht besonders hell, nicht wahr? Naja toll. Toll, toll, toll. Sollen wir denn den schlagen? Ah, die Axt haben wir doch. Scheiße. Missed. Sollen wir die Hubschrauben? Risse! Meine Fresse! Oh, das ist leer! Scheiße! Können wir uns nicht irgendwo aufladen? Oh, perfekt! Hey! Sag, was ich wissen will! Der Schmerz hört auf! Ganz einfach! Wieso sind da drin zwei Bäcken? Verschwinde! Von! Hier! R3 Oh, nee! Verpiss dich! Du redest zu viel! Du willst nichts sagen? Na schön! Vielleicht redet ja derjenige mit mir, den du da im Haus versteckt hättest! Huh! Oh ja! Wer ist das? Wen soll ich nicht finden? Alter, wer ist das? Alter, wer ist das? Oh! Sinnlos! Oh! 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 So langweist mich immer noch. Was hast du zu verbergen? Du bist ein Knarr. Dafür habe ich keine Zeit. Bist du einer von den ganz Fiesen. Was ist denn los? Das weiß mich immer noch. Was hast du zu verbergen? Oh, Pist, ich habe keinen Bock mehr. Du bist ein Knarr. Dafür habe ich keine Zeit. Ich habe einen Knarr. Ich habe einen Knarr. Ich habe einen Knarr. Ja, ja. Hm. Na ja. Alter, hier ist die Hitze. Das ist eigentlich mein Haus hier. Ja. Willst du etwa schon gehen? Oh, nee. Das ist nicht ernst. Als Odin mich hierher geschickt hat, brauchte ich bloß Antworten. Aber du bist einfach zu stolz. Ich läudere, was du hast auf mich. Ich werde nicht aufholen. Der alte Körper wird versandt. Aber bevor ich's zu Ende bringe... Wer ist denn das? Ich schwebe... Überhacht dich, Zierfrau. Zubo. Du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen. Du kannst mir nichts tun. Nichts kann das. Dieser Kampf ist sinnlos. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Jämmerle! Du kannst nicht siegen. Ich spüre gar nichts. Aber du, du fühlst alles. Und doch gibst du dich auf. Ich bin nicht mein Bruder. Und hättest du mir gegeben, was ich wollte, hätte es nicht so enden müssen. Aber nein. Bringen wir das hier zu Ende. Alter, ich hab die Schlauze voll, wenn ich bin. Du kannst mich nicht versiegeln. Äh. Garne. Garne! 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 soll das werden hier Nächster Tipp, helfen sie bestimmte Gegner mit dem Teufelsangriff, ja ist also, na schön. Ok, da dürfen wir nicht hin. Aber wie kann man dort ausweichen? Nein, Nächster! Nein, Nächster! Nein, Quatsch! Nein, Nächster! Nein! Leck mich, ey! Boah, ich bin zitschnass! Du kannst mich nicht besiegen! Nein, Nächster! Ich fühle mich! Weg! Das weiß ich, dieser Risch! Nein, Nächster! 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 Nächster! Nächster, Nächster! Das kennst du ja nicht! Weg damit! Tschüss, Junge! Wer war er? Gut. Mir ist so warm. Ich schwitze wie Schwein. Ich mache erst mal Schluss. Wir sehen uns dann das nächste Mal weiter bei Teil 3.